Denk dir mir mal ab hier Dann gehen wir Halt, nein, stimmt gar nicht Dann nicht hier Ich gebe hier Oh, verfehlt, Mission gescheitert Oh Und meine Dings sind weg, meine Ähm, Unterstützung hier Helfers, Helfer Verdammig Ich hab beendet Na gut, ich gebe jetzt mal ab und dann Und ich nehme mal an, ne Boah, lala Mitten ins Schwarze, okay Sperrkarte Mitte Ja, ich will hier noch kurzen Arbeitsauftrag erstellen Mach doch Mach ich auch Ja, schön für dich So, und jetzt runter, oder was? Ich wollte, nein, 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 das ist hier Wo gehst du hin? Wieso runter? Hier ist die Karte Ach, scheiße, ja, aber mir fehlen ja jetzt Hier ist das Ding, schwarz Dings Obwohl, ne, einen Trupp hab ich noch Schwarzarbeit Äh, das brauch ich gar nicht abschicken, das hab ich 25% Ich kann das machen Nee, dann mach du das Ich mach das erstmal nicht 90% Ja, mir fehlt ein Trupp, ich muss dann in einer halben Stunde nochmal her hier Ja gut, ich mach's trotzdem Nee, dann mach's halt So So Wo bist du? Ach da Also können wir ja wieder raus hier Raus Raus Sie nie fliegen können, nicht? Ist doch so Ja, ich weiß nicht Manchmal klappt das, manchmal nicht das Also des öfteren nicht Ich meinte den hier Hier, den Wen? Du hast die Quest nicht? Was? Wer? Wie? Was? Die Rache wird unser sein Ich meinte den Dungeon an Hast du die? Ich guck mal Guckst du? Die kann ich auch nicht teilen Nee, hab ich nicht Okay Okay, wieso hast du die nicht Egal Gut Was? Hochberg können wir Hochberg? Da hab ich eine Die Hochbergtauren Ja, deswegen sollten wir Da, wo wir jetzt eben waren Die Karte nutzen Um da hinzukommen Dann nutzen wir die Karte Ne, komm Ich guck mal Ob ich einen Flugpunkt in Hochberg habe Hab ich natürlich nicht Och, Hochberg Oh Gott, ne Hochberg Ja, hm Ich flieg dann Zurück Mhm Ich versuche dahin zu fliegen Halt mal runter Oh, zu spät Fledermaus Ich mag dich Fledermaus So Die Einzige, die dich immer vorm Sehren aufklatschen beraten Ne Ist ja so Also Ja So ist das Erschöpfung Okay Immer noch Erschöpfung Hallo Fledermaus Jo Hier Eier Eier Ist das alles Schwierig Komplikt imitiert Hm Das euher gesagt, unten ist das? Da wo wir eben waren Ne, ne, nicht ganz unten Sondern da wo die Sperrkarte Das kann ich mir nicht aussuchen Wo ich hin will Wieso kannst du nicht Wenn du die Sperrkarte öffnest Dann gibt es da drei Gebiete Wo du questen kannst Da wo wir eben waren Hallo, hier Bei mir Hier, hier, ja Und jetzt klickst du Ja, was hab ich gesagt Dann lass doch mal nach Hochberg Hochberg, ja Bist du sicher Du bist sicher Wie viele tausendmal Willst du da hin, ja Ich verschieße dich Also annehmen, ja Hochberg, ja Machen wir Halt's mal Kannst du klicken Hab ich schon Okay, ich klick Juhu Ich bin drin Wie, wo? Und jetzt haben wir die Quest angenommen Ja Schlißte? Ja, jetzt können wir wieder irgendwo Jetzt können wir wieder irgendwo Aha Ja Ja, da wo wir Vielleicht Am Flugpunkt sind Mhm Oh, essen Hallo Das war meins Na und? Jetzt Alte Fleischsorten Alte Frikadellen Trotzdem frisst du sie, war Ist ja gratis, ne? Ja Kann man nicht zulangen, auch wenn sie schon ein Jahr alt sind Das hast du ja von mir, also Warte Ich hab's gekocht Mhm Da hat einer auf mich geschossen, jetzt eben Ja Zu Recht wahrscheinlich War wahrscheinlich die Diebstahlsicherung da 20 Uhr 6 Jetzt müssten wir eigentlich da hinkommen, oder? Ah, guck mal da, in der Mitte, siehst du? Da, da Hier Ja doch Hier Wir enden und annehmen Meiler Hochberg und Donner Trote im Hochberg Ja, siehste So Wie sollen wir mit dem reisen? Ja, ich nehm den Flugpunkt da hin Achso Haben wir schon? Ja Welchen nimmst du? Oh, es gibt ja nur einen Ach, stimmt Okay Schlimme Beruhigung ist bei mir Ah, er hat einen schönen Den Schönen Was? Er hat einen schönen Dings da Ah, Arsch Flug, äh, Mount So So wie ein Drachen Mit, mit Sternen Wie heißt das? Sternen? Komm, komm, komm Hilf mir Was? Konstellation? Was? Wollt ihr schweif oder was? Ich muss jetzt echt googeln Du, du, du hast auch keine Ahnung In der Sternenkonstellation sind eigentlich feste Sterne am Himmel Die man ja Ja, 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 so sieht das auch Diese Sterne verbunden mit diesen Linien Und, äh, darüber ist ein durchsichtiger Drache So einen Flugmond hatte er Hast du verstanden? Ja, ja Zumal nicht so, als hätte es jetzt gerade irgendwelche wissenschaftlichen Bommeln hier von dir gegeben und ich kann sie nicht verstehen Ja, es ist schwierig, ne? Deutsche Sprache zu beherrschen Ja, aber ich kann ja die im Deutsche tun, sprechen Ich weiß, hast du Probleme mit, äh, der Aussprache und... Ja, hast du an der... Deutsch, äh, Schreibung hast, ne? Ja, genau, der Deutschschreibung und der Grammatik-Sprechung, ja Grammatik-Sprechung Sprechung? Hm Oh Gott, ey, Hochberg Kann ja gehen Kann ja auch nicht mehr sehen Wieso wolltest du da hin? Weil da ich deine Quest hab Was hab ich dir da vorgesagt? Was hab ich dir da vorgesagt? Dass du deine Quest hast? Ne, du hast einfach nicht zugehört Ich hör zu, ich hör immer zu Was mein Kopf behält, ist eine andere Sache Dann hat sich das ja auch schon geklärt hier Ja Also, was hast du mir gesagt? Dass ich mich auf natürlichem Wege, so natürlich wie möglich, dorthin bewegen möchte Ja, haben wir doch In andere Gebiete, ja Dann sag doch nicht, ja, warum hast du da nicht geklickt? Ja, aber das ist bestimmt irgendeine Quest für deinen Beruf Und das ist kein natürlicher Weg Das ist ein egoistischer Weg Gott, bin ich gut Du bist ja beziehungsweise, du wärmerst dich Dass wir kaum einen Kobold abwehren können Ach, wir müssen runter, ne? Weiß ich nicht Ich guck nur für mich selber Ich egoist Och, Mensch Ich korrigiere mich, du bist ja kein Egoist Du bist ja, das ist eine Quest Ich weiß nicht, ob das Ich bin Meila, Tochter des verstorbenen Oberhäuptlingszulam Ich spreche für die Stämme Gabel der Erdenmutter Ist ja irgendwo wieder oben Letztens hab ich ja Guck mal, wie viele Skelette hier rumliegen Offensichtlich haben da ein paar Die Plattform verfehlt Ich bin mir die eigene Plattform Ich bin mir die eigene Plattform Ja, gut Ich bin mir die eigene Plattform Ah ja, interessant dann man muss ja nicht die Plattform nehmen, man kann hier auch raus ich nehme gerne die Plattform, macht ja nichts aus oder? nein scheiße das gibt's doch nicht da kommt man ja nur unten lang man nimmt nicht die Plattform, man geht raus ne, oder man ist halt oben und springt dann runter und fliegt, wenn man kann ne, wenn man ist dann kann ich ja so ein bisschen kreisen hier und pop, guck mal wie punktgenau ich hier landet bin dann gibt man diese Quest ab ja raumgul, bla bla, nimmt der Käferspray und den ganzen anderen Korn, wo Gott die kenne soll ähm ähm mhm ja ja, ja, weiß ich zähl ich zähl jetzt nix zählen die für dich hier, wenn ich diese Dinger zerkloppe die Götzen, ja ähm ähm wenn man nicht mal die Götzen die Götzen ne die haben auch nen Namen ne Das ist so ein Fisch ist das. Geht's da hin, oder? Ach nee, Säckhahn ist das. Ne, jetzt nicht. Jetzt ist hier noch dieser Ding für die Quest. Ich merke, ich bin ein bisschen eingerostet, hier und dem so. Ich auch. Naja. Und zu einer Linie näher gespielt, weil das wird sich auch gezählt, weil sie nicht so gut sind. So muss hier dieses Gerät verbreitet, Sprayrollen. Weiß ich, ich hab das ja alles schon mal. Ja, ich sag ja nur, weil ich alles war getötet. Ja, okay, ich sammle es ein, so. Jetzt rüber. Ich brauch noch eine Larve. Ja, der holt ihn jetzt, der eine Typ hier. Ja, der holt ihn jetzt, der eine Typ hier. Na, komm schon. So, jetzt bin ich fertig. Ja, ist gleich der, ist gleich tot. Was ist tot? Nichts. Was ist fisch? Ich habe kein Ziel. Du, du, du. So, ist ja alles fertig hier. Lohnung, puh. Oh, ich glaube ich nehme die Stinkel. Oh gut! So. Ich verfolge eine Made. Ach, dass mit den Fische treten, ja. Das Ohr noch fest. Du musst die einsprühen. Womit? Mit dem Käfferspray. Was ist das? Ich hab das nicht. Doch, du hast das. Was ist das? Zack, zack, zack. Ich hab kein Spray. Du musst es ja haben, denn du hast bestimmt die Quests abgegeben. Mach doch einfach dein Questings auf an der Seite. Ich weiß nicht. Wie heißt die Quest? Trockbar eingesprüht. Das Parfum. Ich muss dir erst etwas anvisieren. Was geht denn? Ne, ich hab das nicht. Du hast was bekommen. Durch die Quests, die wir gemacht haben. Wann drei Stück. Ja, hab ich gemacht. Scheiße, vielleicht hab ich nicht angenommen. Scheiße. Echt jetzt? Dann muss ich mal wohl noch hoch, ne? Das kann gut sein, ja. Oder kannst du sie teilen, ne? Kannst du nicht. Ja, dann probiert. Geht. Dankeschön. Mhm. Aber das fehlen natürlich, müssen wir einfach mehr machen, ne? Geht. Es ist so weit. Geht. Geht. Geht, oh, macho. Jetzt brauchst du noch wieviel von denen? Jetzt brauch ich noch drei Jetzt zwei Ey, das musst du jetzt machen, denn ich hab das ja nicht mehr. Ich hab das Gerät nicht mehr. Ja, mach ich, gütchen. Ja, ich hab das ja nicht mehr. 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 Wo bist du? Ich brauch noch drei Fische. Scheiße, ich hab mich total vergessen. Was? Ich wollte gerade einen Fisch treten und so einer wollte den so schnell wie möglich vor mir treten, ne? Ja. Also haben wir sozusagen Fußball gespielt. Das ist zu weit entfernt. Vergiss nicht die andere Fische anzunehmen. Scheiße, wie schön. Seid geduld. Seid vorsichtig. Alter. Ich hab da. Nicht jetzt. Oh. Wo ist das? Wo ist das? Das ist kein Fisch. Das ist kein Fisch. Was ist das? Das ist kein Fisch. Das ist kein Fisch. Das ist mein Fisch. Statt, was ist das? Das ist mein Fisch. Das ist mein Fisch. Das war's für heute. Das kann ich nicht angreifen. Fertig. Mhm, so halt. So, jetzt gehen wir aber jetzt mal den Fluss runter. Geben da die Köster. Okay. Können die irgendwie auch treiben lassen, ne? Ja. 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 So, jetzt können wir einfach ja hier oben lang reiten. Mhm. 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 Ja. 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 Ich bin jetzt noch fertig hier Sprecht lauter. Meine Ohren sind nicht mehr das, was sie als machen. Joa, aber die will ja nicht. Was ist los? Nichts, okay. Da ist ne Kiste oder so. Wo denn? Okay. 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 Die Erdenmutter behüte euch. Los, los. Die Feuchtigkeit und die Feuchtigkeit. Ich muss mal erinnern, ich probiere. Die Feuchtigkeit und die Feuchtigkeit. Ich möchte ihr jetzt hier in die Feuchtigkeit Lincoln und werfen, Werfen und die Feuchtigkeit, woher sie etwa die Feuchtigkeit ist. Beぜ этом.